So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Elite Dangerous. Wir sind immer noch in Fischer Enterprise wie auch in der letzten Folge. Überraschung, das wundert mich jetzt aber doch sehr. Überraschung, das wundert mich jetzt aber doch sehr. Okay, ja, das ist richtig. Ja, die offensichtlichen Sachen muss man manchmal auch so betonen, dass jeder weiß, dass sie offensichtlich sind. Oder so. So, merkt man, dass sie nicht weiß, was ich sage? Ja. Nee, oder? Nur ein bisschen. Wir fliegen einfach wieder in den Kampfbereich. Der ist übrigens mittlerweile schon 20,7 Megameter von uns entfernt. Das heißt, der hat sich von der letzten Folge zu dieser 2,2 Megameter entfernt. Eine Wanderdüne in Form einer Konfliktzone. Das hat einen Zwimpel, die Wanderdüne. Schiff eröffnet. Die Wanderdäume sind engagiert. Die Wanderdäume sind verabschiedet. So, nein, 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 doch Ich hab's auf der Karte gesehen Was, 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 was Hallo, was ist los Du hast mich gerammt Und ich hab dafür 160 Credits Strafe bekommen Weil ich zu schnell geflogen bin in dem Moment Das war nicht mal meine Absicht Muss ich dazu jetzt was sagen Ich bin schon was, was ich schwer heraus Das sag ich dazu 4, 3, 2, 1, engage Vor allem, weil ich so gedacht hab Dass ich so ungefähr 5mm an diesem Einflug- und Ausflugrahmen vorbeifliege Deswegen ich mich gerade frage, wie ich dich treffen konnte Ohne dass ich die Station getroffen habe Aber gut Weil nach unten war kein Platz mehr eigentlich Wahrscheinlich hat zwischen dich und die Station nur noch ein Blatt Papier gepasst Ja Aber, ach ja, keine Ahnung Dann hab ich halt dich getroffen und du bist da gegen die Station geknallt, oder wie? Ne, ich bin nicht gegen die Station geknallt Ich war nur in dem Moment schneller als 100 Und du hast mich gerammt Das macht natürlich Sinn Äh Äh Interstellar da Ja Oh, wobei, ich weiß nicht, ob es so eine gute Wahl war Ah, passt schon Ähm, ja Mal gucken, was hier so rumfliegt, ne? Danach kann man noch sagen, passt schon Hat beim letzten Mal auch gerade noch so gepasst Aber beim letzten Mal waren es wenigstens die Ah, da, die Cobra ist doch gut Das Cobra? Ja, tatsächlich Die hast du sogar anvisiert Ja, ich hatte erst die Pfeiten gesehen Die waren in der gleichen Ecke Naja, aber du hattest doch die Cobra anvisiert Dann hab ich sie anvisiert Weil du sie schon anvisiert hattest Ja, hab ich da so schnell durchgetappt, dass ich das nicht gecheckt hab Und jetzt hat sie grad Düppelwerfer draußen Ja Jetzt nicht mehr Deswegen wollen wir dann auch nicht checken, wo sie hin schießen müssen So Dann passen die Waffe wieder zu uns Ja, das ist richtig Absolut Die sind maßgeschneidert Maßgeschneidert zum Verscheißen Waffeln wie für uns gemacht Sie blicken auch nichts Was, Waffeln? Ja Waffeln, ja, Waffeln auch Ich würde gerne Waffeln verschießen Das wäre lustig Ne, ne, die Waffeln verschießen was Ja, nämlich Waffeln Die Waffeln verschießen Waffeln Deswegen haben sie sich am Schiff montiert Die Waffeln verschießen Puderzucker Ist ja logisch Das wäre was für einen Rocket League Mod, glaube ich Dass da hinten einfach Waffeln rauskommen Aus dem Antrieb Das ist jetzt nicht das Unwahrscheinlichste Ne, ich hab's auch gerade gedacht Ich könnte mir auch vorstellen, wie da so eine Waffel durch die Gegend fährt Als Karosserie Ja Ja, durchaus Warum genau schieße ich eigentlich gerade auf eine Python? Weil diese Python ungefähr tot ist Ah ja, okay, deshalb Jetzt ist sie nämlich tot So 26.000 Joa, hat sich erstaunlich Oder es hat sich unerfreulich wenig an den Bounties getan Ja Dann kann es sein, dass das nur gilt, wenn das Wenn man richtig die höchste Stufe erreicht hat Oh, guck mal, da wären echt 63 Oh, wo Ach, ach, ist schon weg Nee Nein, ich meine Aber ja, in der Tat Ja, ach, okay Ah, da, jetzt hab ich's gesehen Plump Und weg ist er Für doch alles Abwurfschiff Ah, nee, die Bode-Wiper Nein Nicht den Verbündeten Bitte nicht auf mich schießen, danke Nee, links von dir war noch ein Verbündeter Haha, ja, okay Warum nicht siehst du nicht doppelt Ich werde ja wohl grün noch von blau unterscheiden können Ja, die grün-blau-Schwäche erkennst du nicht Haha, sehr typisch, ja So, hast du schon was anvisiert? Ja, ekel Ich muss sagen, das Federal Assault-Ship sieht so ein bisschen aus wie so ein F-63 nur in groß Ich dachte, in klein Noch ein kleiner Ein Miniaturschiff So ein F-63 in klein, ich sei noch so groß wie eine Fliege Ja, das ist ja jetzt schon wie groß wie eine Fliege eigentlich Target destroyed Hm, was bist du? Federal Assault-Ship Beschießt mich das gerade? Huch, äh, ich hab's gerade beschossen, aber von hinten beschießt mich gerade was Nicht schon wieder Ah, schön Ich hol gleich den Triple-Werfer raus Ah, komm Ich schießt das Assault-Ship und irgendwer anders schießt mich auch noch relativ hart Jawohl Ah, das gibt's doch nicht Was ist denn hier los? So, das Assault-Ship ist jetzt weg Ja, okay, das Assault-Ship ist platt Ja, meine Schilder sind auch fast platt Ja, ich hab' glaube ich mich diesmal gerade noch so gerettet rechtzeitig durch die Double-Werfer Vielleicht mal die andere Waffengruppe nehmen, wo ich nicht immer Kühlcover mit verschwende So Eigentlich wollte ich auch eher die Schildzeilenbank aktivieren Der hat nämlich schon wieder auf möglichst Missverständnis hinweisen Wieso versuchen die das im Kampfbereich eigentlich immer erst? Ich weiß auch nicht Hoffnungslust verloren Wir sind einfach falsch abgebogen und deswegen ging ich aus Versehen gelandet Bin ich mir nicht sicher Oh, 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 ne Viper MK3 mit 10% Na, wenn ich die mal noch treffe Ja, sie hat noch Schilder und wird gerade nicht beschossen Ach, ja dann Er ist aber auch gute 5 Kilometer entfernt Ja, zwei Wundert mich, dass sie noch nicht abhaut Ich schieße jetzt mal drauf Bis du da bist, passt das schon 3,6 3,3 Und ich schieße drauf So Oh, die Schilder haben darauf noch relativ viel gehalten Ja Dafür, dass es eine Viper war Und dafür, dass sie eigentlich nur fast komplett am Ende war Oh, da ist noch eine MK3 mit 80% Hülle 75% Direkt in der Nähe Ach so Hab ich gehört, ja Ach, da Die Hälfte der Hülle noch mal runtergeschossen Und dann so Ach, da Ich bin gerade ja mit jemandem zusammengestoßen Rat mal erst mal Komm, ich habe mich zu Cobra gedreht, also Können hier Oh, da war gerade was Ach, da Der SP Explorer mit 39% Findest du aber auch immer die Schiffe in der hintersten Ecke des Konfliktgebiets hier? Ne, ich finde nur die Schiffe, die direkt vor mir sind Die Entfernung spielt keine Rolle Gut Ach, jetzt beschießt mich wieder irgendein Dödel von hinten Dann würde ich an deiner Stelle mal lieber schnell zurückschießen Oh, komm Das gibt's doch nicht Was? Jetzt beschießen mich schon wieder drei auf einmal Jetzt mal ganz ohne Scheiß, was soll das denn? Hat dir einer einen Sattel hinten draufgeklebt, bitte drei auf einmal? Hier schießen Wer das liest, ist doof Jetzt mal ganz ohne Scheiß, das hätte schon zum zweiten Mal passiert Jetzt bin ich drei auf einmal, ohne dass ich irgendwen noch angegriffen habe zusätzlich Und alle drei, die hinter mir stehen Was soll das denn? Ah Ich fliege mal ein bisschen weg Was hat dich denn da? Du wurdest von einem föderalen Abwurfschiff beschossen Du wirst immer noch von einem föderalen Abwurfschiff beschossen Das ist richtig dann Äh, ja Äh, ja, bis ich da bin, das lohnt sich nicht, 6,5 Kilometer Hm Ich glaub, das hat jetzt gar nicht, macht jetzt gar nicht so wenig Schaden Ja, ich glaub, fast auch Deswegen, hm Ah, komm, 2,8 So, 3 Kilometer entfernt Jetzt kannst du mich nicht mehr angreifen Wer weiß, vielleicht hat's die neuen Langstreckenraketen dabei Ich bin mir sicher, ob ich zurückschießen sollte oder lieber rausspringe Ich bin mir sicher, ob ich zurückschießen sollte oder lieber rausspringe Ach, komm, ja, nee, so schnell wie ich rausspringen kann So, was beschießt mich jetzt? Zwei Schiffe von hinten Ach, komm, und der letzte Balken Der dauert dann nochmal 5 Minuten Was soll das denn? Ne, Igel Das glaub ich doch jetzt nicht Nein, nein, nein So, jetzt müsstest du mich eigentlich direkt wieder reinziehen Sehr gut Dann bin ich auch direkt wieder in deiner Nähe Haha Haha So, Fraktion So, und was ist das andere, was mich von hinten schießt? Das andere, was mich von hinten schießt, ist glaube ich noch eine Igel, wenn ich es jetzt von der Form richtig erkennen Japp Die Igels haben sich gegen mich verschworen Warte mal, schieß mal kurz ein bisschen weniger hart drauf Meine Waffen fallen gerade noch aus So, jetzt geht's weiter Also ich glaube, sie haben die Ausverdauer der Waffen verändert Das kommt mir langsamer vor als vorher Hm, ne, ich glaub nicht Ja, kann auch sein, das ist mir nur ein Bild Ich hab keine Ahnung Hey, der war bei einem K4 in 7 Kilometer Entfernung Ach komm, das gibt's auch nicht Was ist denn da los? Man muss einfach in Bewegung bleiben Da wird man nicht so oft abgeschossen Äh, das ist richtig Auch nur in der Theorie Ja, ich werd grad von hinten beschossen Wie war das mit in Bewegung bleiben? Ah, es ist irgendwann mit so einem dämlichen Schrot geschossen Unter Attack Machen wir kurz die Viperplatte und danach Grafen wir vielleicht mal den an, der da auf mich schießt Guten Tag, Uwab Na, das war jetzt sehr smart Was, was, was? Oder warst das gar nicht du? Hm, was denn? Ich hab irgendwen grad gerammt Ich weiß nicht, ob du's warst oder ob das jemand anders war Ich hab nichts gespürt zumindest Okay, dann warst nicht du das, sondern irgendwer anders gut Aber wenn du extra sagst, dass du jemanden gerammt hast, dann war ja wenigstens ich nicht schuld An deinem Kollision An deiner Kollision mit jemand anderem Ich weiß nicht Was? Egal Das ist richtig Target destroyed So Asp Explorer, die hat mich grad am Kuch Hier in der Ecke sind aber auch grad nur Feinde, da hab ich den Eindruck Mir fällt jetzt erst auf, dass ich fast keine Schilde mehr hab Naja, bei mir aber auch Das sieht's ähnlich aus Gehst du hier eigentlich grad? Gehst du auf der Asp? Ja, ich klicke schon Die wird ja auch grad noch von jemand anderem Äh, wurde auch grad noch von jemand anderem Naja, egal Also schließt jetzt noch mal Okay Ja, im Moment Äh, und zwar jetzt Okay Hab ich nämlich lieber noch so lange gewartet Meine Schilder sind ja aktuell auch nicht auf höchsten Stand Ja Das kenn ich irgendwo her Was auch nicht Das kommt mir so ein bisschen bekannt vor, ja Ein kleines bisschen Ich frag mich, ob man die Raketen, die andere Leute auf Schiffe abschießt Also irgendwelche NPCs auf andere NPCs hießen, ob man die mit dem Laser irgendwie treffen und zerstören kann Ich glaub eher nicht Oder ob das einfach Zufall ist, wenn die Rakete dann explodiert, wenn grad ein Laserstrahl da ankommt Naja, vielleicht kann man, vielleicht trifft man ab und zu mal, aber ich glaub nicht, dass man drauf zielen kann Äh, ja, also ich meine jetzt nicht direkt zielen, sondern zerstören Zerstören vielleicht Hm Da wäre jetzt noch so eine Reihe an Gegnern In die Richtung da Könnten aber auch, ich meine, wir sind gleich wieder bei 15 Minuten Wir können uns auch mal auf den Rückweg machen Oder sollen wir noch drauf schießen Ähm Ja, 138.000 hätte ich noch Äh, ich hab 158.000 Na gut, wir können auch noch Was ist da hinten? Irgendwas Was nicht so ganz in dem großen Mob an Gegnern ist Ja, eben Das hab ich auch grad gesucht Bist du schon in der Reichweite? Ja, ich schieß drauf Gut Du hast mich gerammt Ganz ehrlich Ich glaub wir haben beide Ach nee, keine Ahnung Ich glaub wir haben beide ein ähnliches Kampfverhalten Und deswegen kollidieren wir immer Weil wir dann fast genau gleich Eine fast gleiche Ähm Fluglinie haben Kann schon sein Es ist auf der einen Seite sehr interessant Auf der anderen Seite aber auch unglaublich nervig irgendwie So, jetzt Passen wir es so zusammen Ja So Ach Mann Was denn? Was denn? Was denn? Jetzt hast du mich gerammt Oh, ich hab's nicht mitgekriegt Ja siehst du, das ist das Problem Ach, Mann Also gut, jetzt hauen wir hier ab Ja, sonst wäre da noch ein Scout Und ein Essenscout Ah, weg jetzt Gut, dann Machen wir ab Vielleicht finden wir sogar einen Halbweg schnellen Fluchtvektor Hm? Das ist ein Fluchtvektor? Nö Ja, also Wir könnten direkt zur Station fliegen Ich hab's ja schon markiert Bei der es schneller lädt Achso Ah, da Wo du bist Ungefähr Ja, ich merk's grad Gut rausspringen Ich bin dann mal weg Ja, du musst auch weg sein Bevor ich rausspringe Sonst hätte ich ja wieder reingezogen Achso Oder was heißt Du solltest Ich muss nicht Das wäre sinnvoll Wenn Jetzt erstmal meine 160 Credits Strafe bezahlen Huch Nein, langsam, langsam, langsam Ich flieg gleich vorbei Ich flieg vorbei Schade So, jetzt aber Die Ausrichtung stimmt wieder Ich bin raus Hoffentlich nicht wieder 21 Kilometer Entfernung Hoffentlich nicht 21 Kilometer Entfernung 20,5 Kilometer Entfernung Wow Nicht 21 Nicht 21, ja Und auch nicht 22 Ah, nee 14 Kilometer noch Auch wenn man die ganze Zeit Nur durchboostet Ja, ja Ähm Hier Hande Erlaubnis Manchmal denkt man echt Dass einige Stellen von Elite Echt noch richtig Beta sind Warum? Achso, solche Sachen dann Ja, wegen solchen Sachen halt Was dann komplett unnütz ist Wenn du rausgezogen wirst Mensch, wegen diesen Sachen halt You know Things Was manchmal auch Obwohl ich mir manchmal auch nicht sicher bin Ob es jetzt ein Bug oder ein Feature ist Wenn man rausgezogen wird Weil irgendwer Abgefangen wird IA, das ist kein Bug Das ist ein Feature Vor allem wenn man Das zulässt Was ist vielleicht Ja Keine Ahnung Äh, nein Weil ich kenne es eher so Wenn man es annimmt Dass man dann einfach die FSA-Ladezeit überbrücken möchte Hm Funktioniert aber auch nicht immer Hm Doch Wenn du schnell genug machst Schon Wenn du natürlich erst Fünf Minuten ausweichst Dann kurz vorm Scheitern stehst Und dann aufgibst Dann bringt das natürlich nichts mehr Was Das soll ich nie machen Nein Oh Fahrwerk Hm Ich bin immer noch mal erstaunt Wie oft ich das Fahrwerk Und die Landererlaubnis vergesse Wobei Landererlaubnis bisher noch nicht Seitdem er wieder aufnimmt Das Fahrwerk aber auch nicht Ich musste dieses Mal Öfters Hm Ich musste dieses Mal nicht reparieren Fällt mir grad auf Ich schon Halt mich doch nachladen Ich wollte nicht Die Ausrüstung Lass mich da raus So Kampfbelohnungen 148.000 So Strafe bezahlen 160 Credits So 12 Millionen Credits hab ich jetzt Ach faszinierend Da kann ich noch Zeug einlösen Ich muss so ne alte Strafe Und 1500 Credits bezahlen Was Die ist aber nicht von mir Keine Ahnung Und hier hat nichts mit mir zu tun Denk ich Naja 168.000 Credits Belohnung Denk ich Auch schön Hey wir sind genau Mit 20 Minuten jetzt Sehr gut So Kampfrang Experte Was für einen Rang hast du da mittlerweile? Ähm Halt Wahrscheinlich einen der höher ist Äh Kampfrang Experte Oh Dann haben wir jetzt 44 44% Okay Ich hab's 2% Ja Kannst du 2 Wie viel? 2 Ich glaub ich hab's nicht verstanden Sag's nochmal Ähm 2 Also ich hab 44% Und du? Also wenn man bedenkt Dass es gar nicht so lange her ist Dass ich befördert wurde Geht das eigentlich noch Find ich Ja okay Gut Ich bin übrigens Bei Handelsrang Battle A Bei Erkunderrang fast planlos Und bei CQC Rang hilflos Äh Ich hab Handelsrang Kleinhändler Erkundungsrang fast planlos Und äh Die C C ist Äh Die CQC ist Äh Auch hilflos Ja Also äh Dann äh Ne Und so Bisschen nix Machen wir mal Schluss Jawohl Tschüss